Welcher Haken ist denn genau der richtige? Heute geht es weiter mit einem Tutorial genau zu dieser Frage. Heute bin ich hier mit einem großen Account unterwegs und mit diesem großen Account zeige ich dir, welche Haken ich am häufigsten verwende, welche Qualitäten für welche Fische und mit welchen Haken Größen man am besten startet. Also ab geht es, ich bin hier am Windenbach rein in das Haken-Tutorial, denn die Frage kommt auch übelst oft. Welche Haken verwende ich denn für Fisch XYZ? Welche Haken verwende ich denn für Spinning, fürs Grundangeln und so weiter? Also diese Frage ist immer wieder da. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem ganz normalen Grundangel- beziehungsweise Posenhaken und gehen dann im Anschluss nochmal aufs Spinning ein. Wenn wir ins Sortiment reinschauen der verschiedenen Haken, haben wir da natürlich eine große Auswahl. Das heißt, wir gehen in den Shop rein, klicken hier auf Haken, klicken hier auf Klassisch und dann geht es schon los. Grundsätzlich kann man sagen, schaut euch die Haken an. Je nach Preis habt ihr natürlich auch eine steigende Qualität. Und da muss man wirklich sagen, es gibt verschiedene Listen mittlerweile. Die schlechten und einfachen Qualitäten haben auch eine niedrigere Tragfähigkeit. Die Tragfähigkeit der Haken erkennt man nicht, wenn man im Shop drin ist. Man erkennt es ansatzweise eben hier an den Sternchen. Da kann man das vielleicht so ein wenig erahnen, aber exakt wie viel Kilo jetzt so ein Haken trägt, erkennt man leider nicht. Das ist ganz gravierend und ganz massiv, wenn man später dann zum Kunstköderangeln geht. Da gucken wir mal eben hier rein, wenn wir hier mal so einen Wobbler nehmen. Ich glaube, da gibt es noch schlimmere Kandidaten. Genau, da sieht man das schon. Das sind, glaube ich, so ungefähr die schlimmsten Haken, die man verwenden kann, wenn ihr mit solchen Haken unterwegs seid. Puh, ich glaube, ein 3 oder 4 Kilo Hecht, der macht da richtig Rau-Dau drauf. Und hättet ihr da dann vernünftige Haken drauf, würdet ihr den Fisch einfach so rausziehen. Also, da gehen wir gleich natürlich nochmal im Detail drauf ein. Fangen wir an jetzt mit den normalen klassischen Haken. Für den Anfangsbereich muss man natürlich immer darauf achten, wie viel Silber kostet so ein Haken. Shitty Goal, was das Ding jetzt irgendwie rausziehen kann. Euer Setup ist eh wahrscheinlich noch nicht so fortgeschritten und so tragfähig, dass da ein Haken brechen wird. Der Knackpunkt ist in der Regel eh dann das Setup an sich, das heißt die Schnur oder eben das Vorfach, wenn man es verwendet, dass das am ehesten kaputt geht und die Haken werden reichen. Ich fange in der Regel an mit diesen Haken. Die sind auch fast immer alle da. Wenn die mal nicht da sind, entweder vom Windenbach zum Moskitoreisen, da nochmal gucken oder dann vielleicht doch nochmal ausweichen. Die Haken hier verwende ich sehr, sehr ungern. Das ist ja wirklich auch die allergeringste Basis sozusagen. Ich nehme dann gerne diesen Wurmhaken. So ein Wurmhaken hat hier oben nochmal so extra Widerhaken, weil man da halt den Wurm dran auffädeln kann regelrecht und der rutscht da nicht weiter runter. Den verwende ich dann eigentlich ganz gerne so als meinen Starthaken. Und ja, natürlich passiert es da auch immer noch, dass man da einen Fisch dann irgendwie verliert oder dass es nicht richtig hakt. Ihr seht, ich habe hier immer noch verschiedene Haken davon rumliegen, auch auf dem Hauptaccount. Ich verschicke die auch manchmal oder sowas. Also das sind halt wirklich vernünftige Starthaken, die kann man, wie gesagt, für den Anfangsbereich ganz gut verwenden. Dazu kommt von den Größen ist es eben auch nochmal interessant. Einen 18er Haken für den Anfang sollte man sich vielleicht hohen holen. Und dann später natürlich auch noch ein bisschen was Größeres, sowas wie einen 4er oder einen 1er Haken. Aber da gehen wir dann gleich im Detail auch nochmal drauf ein, welche Fische mit welchen Haken vielleicht ganz gut gefangen werden. Also von den Qualitäten kann man sagen, das ist ein ganz guter Einstieg. Dann gibt es natürlich auch noch so Haken wie diesen hier, die jetzt vielleicht für Stippen dann nochmal extra speziell gedacht sind. Schaut euch auch einfach so ein wenig hier oben diese Texte an. Da stehen wirklich nochmal bei dem einen oder anderen Haken so ein paar Bonusinformationen drin, die einfach oder davon das einfach ableiten, ist das jetzt genau das Richtige für mich oder nicht. Grundsätzlich würde ich oder empfehle ich eigentlich immer ganz gerne hier unten die Berserk Hook Rage Series. Und da verwende ich viel diese recht schlanken, aber eben auch je nach Fischart mal hier die etwas ausladenderen. Diese Serie schmeckt mir auch immer ganz gut. Und da sind wir dann natürlich auch dann im Endgame-Bereich sozusagen. Also das ist halt richtig teuer. 30 Silber für einen so einen Haken haut eben schon mächtig rein. Und ich habe eben auch mit diesem Haken hier auch zuletzt in den ganzen Tutorial-Accounts immer sehr, sehr, sehr lang geangelt bis Level 20 ungefähr. Und es funktioniert. Wenn man halt in dem Level-Bereich mal irgendwie einen Fisch verliert, ist es eben auch nicht so schlimm. Die Fische sind halt in der Regel nicht so groß. Wenn ihr denn dann auf große Fische gehen wollt, und da geht es dann halt los, einfach unterscheiden. Geht ihr jetzt zwei Stunden lang hier an den Windenbach, stellt euch entspannt ans Wasser, zieht hier am Windenbach Giebel und, ähm, Giebel und Karauschen, Rotaugen raus oder, äh, geht da schön auf Gründlinge und sowas alles. Da ist es ja wurscht. Die Dinger, die wiegen ja nichts. Alles unter einem Kilo. Das zieht auch jeder normale Haken raus. Also macht euch da nicht Kirre. Wenn ihr da die normal großen Fische gerade fangen wollt, dann ab dafür. Das schafft auch jeder normale Haken. Wenn ihr dann aber im Bereich von Level 18, vielleicht 20 seid und ihr sagt, jetzt aber mal rein an die Amure oder ein paar dicke Karpfen ziehen, da wird es dann vielleicht doch langsam Zeit, wenn man sich dann schon so ein hochwertiges Set gekauft hat, dann natürlich auch nicht sparsam sein bei den Haken. Denn dann wird es auch wirklich Zeit, dass man sich hier vernünftige Haken gönnt oder dann eben tatsächlich auch die Karpfenhaken. Und da gibt es ja dann nochmal eine große Auswahl verschiedenster Haken. Also ihr seht, ich habe hier die häufig als Einser in der Verwendung, aber eben auch Bloody Serious, also Berserk Hook wieder, Bloody Serious immer richtig gut. Und natürlich die Mugga bei den ganzen Karpfenanglern als hochwertigste Haken auch immer gewünscht und gesucht. Das sind natürlich auch Top-Dinger, aber auch da seht ihr ja schon von den Preisen ist das richtig, richtig hoch. Wenn ihr dann in diesem Bereich seid, manche, ihr seht das hier, sind dann eben auch für spezielle Montagen, die haben hier oben eher so einen kleinen Knick mit drin. Das ist dann aber, wie gesagt, Endgame-Bereich. Wenn ihr so weit seid, dass ihr auf sowas achtet, dann wisst ihr auch, was ihr kauft. Für den Anfang, für den Karpfenbereich haben viele auch immer gerne diese Dinger hier, diese Wursthaken verwendet. Auch gar nicht schlecht, die Deadly Loops, die diesen, wirklich diesen Haken, diesen Schwung bis nach hinten wieder haken und dadurch eben auch der Anheb richtig gut funktioniert und das Ausschlitzen echt gering ist. Also die, hier haben wir es auch nochmal stehen, solche Haken sind sehr zuverlässig und haben nur eine geringe Ausschlitzquote. Also auch das kann man tatsächlich verwenden, wenn man da im Anfängerbereich unterwegs ist, diese Deadly Loops. Ich bin dann irgendwann doch dann von diesen Haken weggegangen. Bin dann, wie gesagt, hier bei den Karpfenhaken auf die gerade drei genannten gegangen beziehungsweise, was ich eben fürs normale, in Anführungszeichen, normale Grundangeln gerne verwende, sind, wie gesagt, hier die Berserk-Hooks. Ja, und woran erkennt man jetzt, welchen Haken man für welchen Fisch verwendet? Gucken wir uns mal die Fische im Detail an. Es ist natürlich so, dass wir eine gewaltige Liste an Fischen haben. Das heißt, wenn wir hier mal in die wöchentlichen Rekorde reingehen und einfach mal von oben nach unten durchschauen, haben wir natürlich hier Fische von über 300 Kilo und mehr. Wir haben aber auch Fische von 190 Gramm und ähnliches. 55 Gramm und so weiter. Ja, was können wir denn noch herauslesen aus dieser wöchentlichen oder aus dieser absoluten Liste? Wir sehen natürlich neben den Gewichten oder diesen Maximalgewichten der Fische, die bisher gefangen worden sind, sehen wir auch die idealen Köder oder sehr gut funktionierende Köder. Und an den Ködern haben wir Angaben, für welche Hakengrößen die Köder geeignet sind. Das schauen wir uns im Detail nochmal an. Wenn wir hier also mal bei der Made schauen, da sehen wir, dass die Made gerade mal für einen Haken von 24, also sehr klein, winziger Haken, bis mittel 6 zu verwenden ist. Bedeutet also, eine Made können wir schon mal ausschließen, wenn wir auf richtig mächtig große Brocken aus sind. Denn für richtig große, fette Brocken brauchen wir auch dicke, fette Haken und da passt die Made dann einfach nicht mehr drauf. Also haben wir doch schon mal ein paar Anhaltspunkte. Wir wissen unseren Zielfisch, wir wissen, dass er zum Beispiel jetzt auf Made steht und an der Made erkennen wir, wie groß der Haken maximal sein kann. Jetzt schauen wir natürlich einfach nochmal, wie schwer wird denn unser Fisch. Und da müssen wir tatsächlich ein bisschen aus Erfahrung sprechen, denn das ist wirklich schwierig. Und dazu kommt, wenn wir uns mal so alte Guides und Richtlinien oder Richtwerte von Russian Fishing selbst anschauen, selbst im Handbuch, da stehen Hakenempfehlungen drin. Ja, ich glaube, hätte ich mich strikt daran gehalten, hätte ich bisher äußerst wenig dicke, fette Brocken gefangen. Um das Ganze anhand eines Beispiels zu zeigen, nehmen wir einfach mal die Brasse. Da wird im Guide eine Hakengröße zwischen 10 und 6 empfohlen. Ja, natürlich fängt man auf diesen Hakengrößen auch Brassen und auch in einer noch höheren Frequenz, als man die ohnehin schon fängt. Jedoch ist dann die Durchschnittsgröße deutlich geringer, als wenn man einen 4er bis vielleicht sogar 1,0er Haken verwendet. Ich verwende in der Regel einen 1er Haken. Wenn ich dann mal vielleicht in einem Turnier bin und ganz gezielt auf die richtig dicken Brassen aus bin, dann verwende ich tatsächlich auch den 1,0er Haken mit einem passenden Teigköder. Also ihr seht, da klafft schon eine ganz, ganz große Lücke zwischen den empfohlenen Hakengrößen, die natürlich den Fisch liefern und dem, was sich in den letzten Jahren so an Erfahrung oder vielleicht auch an Entwicklung mittlerweile getan hat. Da sind wahrscheinlich auch die Guides nicht mehr auf dem aktuellsten Stand der Dinge und man zieht einfach mittlerweile mit deutlich größeren Haken deutlich einfacher eben auch die Trophies ran. Und ich weiß auch noch, dass in der Vergangenheit, wo ich angefangen habe mit dem Game, zum Beispiel dieser 6er Haken, diese Hakengröße Mittel 6, immer fantastisch war und einer der wichtigsten für ganz, ganz viele Fische. Kurz danach war es dann so, dass der 4er Haken immer wichtiger wurde und mittlerweile würde ich fast sagen, für ganz, ganz viele Fische ist der 1er Haken das A und O. Und was sind denn jetzt die wichtigsten Hakengrößen, mit denen man am besten klarkommt? Gehen wir die nochmal im Detail durch. Ich habe dazu mal die gesamte Liste der Berserk Hook Serie aufgerufen und wir haben hier vom 24er bis zum 4-0er Haken eine ganz gewaltig große Auswahl, wenn sie denn vorhanden ist. Also, 24er Haken für alles, was winzig klein ist. Schaut euch im Game an, was sind die absolut kleinsten Fische. Dafür ist der 24er. Sardine zum Beispiel. Nach diesen ganz winzigen Fischen wie der Sardine mit 20, 30 Gramm kommen wir dann natürlich zu den etwas schwereren und da kann man dann die Haken verwenden zwischen 22er und 20er Haken. Das sind dann so etwas wie zum Beispiel Gründlinge oder Lauben. Damit geht es dann los. Oder auch im höheren Levelbereich sowas wie den Tugun. Aber auch da kann man sogar im Grenzbereich bis hin zu einem 18er Haken gehen. Ich verwende mittlerweile sehr, sehr gerne auch den 18er Haken und teste mich immer mal wieder auch dran, wenn ich selbst auf sowas super winziges gehen will wie die Sardine, dass ich da nicht auch einfach mal einen 22er Haken nehme. Also, wir haben einmal die Familie der super kleinen Fische. Dann kommt dieser Bereich der kleinen Fische und da haben wir hier ja auch gerade diesen Grenzbereich von winzig zu klein und da kann man sagen, dass der 18er Haken ja wirklich schon fast noch ein winziger ist, aber vielleicht doch schon ein großer winziger sozusagen und den verwende ich eben deswegen so gerne, weil ich mit diesem großen winzigen Haken große winzige Fische fange. Die nächst wichtige Größe ist dann eine Größe, die jeder Anfänger tatsächlich auch schon im Inventar hat. Das ist der 16er Haken. In diesem Bereich sind dann sowas wie die Hasel zum Beispiel unterwegs. Ungefähr um 250 Gramm Trophy-Gewicht. Das schmeckt, also das ist wirklich für diesen Fisch wirklich noch eine gut annehmbare Hakengröße. Wenn man also Fische hat, die in diesem Trophy-Gewicht dann zu Hause sind, dann greift man im Idealfall auf diesen 16er Haken zu. Wenn wir dann noch etwas größer werden, so in Richtung 500 Gramm bis vielleicht 700 Gramm, dann kann man sogar auch schon sowas wie einen 12er Haken hier verwenden. Bestes Beispiel dafür sind immer die sogenannten Zettfische. Zobel, Zope und Zerte. Wobei die Zerte da dann auch schon wieder herausfällt, denn die Zerte kann man auch gerne mal auf einem 6er Haken fangen. Die ist nämlich deutlich schwerer. Und da kommen wir dann auch schon direkt zur nächsten Empfehlung. Also nach dem 12er Haken ist dann sowas wie ein 6er Haken interessant. Warum gibt es jetzt hier so einen großen Sprung? Es gibt natürlich auch noch ganz spannend und jede Menge Fische, die gerne mal auf einen 10er Haken anspringen oder auf einem 8er Haken. Da sind zum Beispiel die Fische am Ladoga immer ganz gut drauf anzusprechen. Sowas wie die Renken und Maränen. Die sind mit dieser Hakengröße immer wieder ganz gut zu fangen. Aber das ist dann auch wieder schon sehr speziell und die fängt man auch relativ selten. Also als Allround-Haken, dann wäre halt wie gesagt so ein 6er Haken nochmal interessant. Und wenn man in dieser Gewichtsklasse ist, da sind wir dann auch schon bei Giebel und Karauschen. Da gehen wir schon hin in Richtung Schleie zum Beispiel. Da können wir dann eben auch schon variieren mal zwischen einem 6er oder auch mal ruhig einen 4er Haken. Dass man dann vielleicht mal auch deutlich schwerere Brocken von den Giebel und Karauschen beziehungsweise von den Schleien fängt oder eben dann auch schon auch von den Brassen. Heißt also, wenn man davon die richtig Dicken fangen möchte, dann greift man eben auch hier wieder auf einen 4er zu oder wenn man halt eine große Frequenz haben möchte, nimmt man eben dann doch eher noch den 6er Haken. Ja und wo wir gerade schon die Schleie angesprochen haben, super Trophy-Gewicht 6 Kilo, Trophy-Gewicht 4 Kilo, da funktioniert dann auch schon der 1er Haken ganz gut. Genau das Gleiche zählt dann natürlich auch für die Brasse. Also da sind wir gewichtsmäßig ähnlich. Jetzt sind wir bei den 1er Haken natürlich in so einem kleinen Zwiespalt. Wir haben zum einen Haken, die ideal sind für sehr, sehr große, mittelgroße Fische. Und zum anderen haben wir hier Haken, die schon perfekt sind auch für wirklich große Fische, wie zum Beispiel Karpfen. 1er Haken und Karpfen funktioniert sensationell und da gehen wir in den Bereich von 30 bis 40 Kilo. Allerdings spielt bei dem Karpfen eben auch der Köder eine ganz wichtige Rolle und das ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Das heißt, wir haben wirklich große Köder auf einem wirklich gut großen Haken und das funktioniert in Kombination dann eben auch richtig gut. Hakengrößen wie der 1er und 2er sind natürlich fantastisch auch immer noch für Karpfen, vielleicht auch so für Wildkarpfen dann oder für Marmorkarpfen und beim 4er Haken gehen wir dann auch tatsächlich schon in den Weltsbereich oder auch natürlich dann in den Störbereich, wenn wir dann die richtig dicken Brocken rausziehen wollen. Also ihr seht, es ist gar nicht so leicht, da ganz pauschal zu sagen, du nimmst den Haken für diesen Fisch. Das ist wirklich ein Ausprobieren und dazu kommt, die Fische beißen ja auch auf den Köder und der Köder, tja, der lockt manchmal deutlich mehr, als der Haken abschreckt. Bestes Beispiel ist dann immer ein 4-0er Haken mit einem dicken fetten Tauwurm und der winzig kleine Kaulbarsch mit 20 Gramm, der frisst ihn. Das war jetzt ein grober Anhaltspunkt, welche Hakengrößen ungefähr für welche Gewichtsklassen geeignet sind. Man kann immer ein wenig variieren und den Haken auch anhand des Köders immer noch variieren. Es gibt da leider keine pauschalen Formeln. Genau das Gleiche zählt natürlich dann auch fürs Spinning. Bedeutet, wenn wir hier unsere Spinner und Kunstköder anschauen und wir nehmen mal so ein Klassiker, zum Beispiel die Spiker-Serie hier, die auch immer wieder ganz gut am Belaya funktioniert, dann haben wir hier natürlich die Möglichkeit, verschiedene Haken dran zu machen. Von einem 4er Haken groß, wir könnten hier aber auch einen kleinen 8er Haken dran verwenden und das Ganze sieht auch immer noch stimmig aus. Wir haben hier halt die Möglichkeit, vom 12er bis 2er groß, also diese Hakengrößen zu verwenden. Ihr seht aber auch selbst, inwieweit das manchmal ein bisschen unstimmig schon rüberkommt. Das heißt also, es muss natürlich auch einigermaßen passen vom gesamten Setup. 6er Haken sieht doch hier zum Beispiel wieder ganz vernünftig aus und dann müssen wir natürlich auch gucken, was ist denn wieder unser Ziel. Wollen wir eine hohe Frequenz? Gehen wir also vom Haken vielleicht ein bisschen runter? Haben wir es wirklich auf Trophies aus? Dann gehen wir vielleicht mal auf einen 4er oder auf einen 1er Haken und dann sehen wir hier beim 4er Haken schon, dass das schon deutlich mehr Gewicht hier unten hat, deutlich größer auch aussieht. Einfach das Verhältnis zwischen Haken und dem eigentlichen Köder. Es sieht schon fast ein wenig zu groß aus, aber wie gesagt, wir können eben da nochmal etwas größer rangehen und auch das funktioniert. Aber denkt immer dran, die Frequenz geht dadurch dann eben auch deutlich in den Keller. Wie vorhin schon angesprochen, ist das Ganze extrem wichtig bei Ködern, die sehr günstig sind. Wenn wir jetzt als Beispiel hier diese Anfangsköder nehmen, die hat man standardmäßig schon im Inventar, dann kann man damit natürlich auch hervorragend angeln. Kleine Barsche zum Beispiel lassen sich damit ganz fantastisch fangen. Die haben aber natürlich auch nicht so ein großes Gewicht. Wenn wir mit so einem Köder dann aber vielleicht mal am Belaya angeln wollen und wir merken, da ballert dann mal ein Fisch drauf, der vielleicht ein, zwei Kilo hat, dann sehen wir, dass die Actionbar unten die Anzeige vom Haken quasi ist. Unser Setup vorher mit vielleicht einem ganz anderen Köder hat super funktioniert. Wir haben die ein Kilo Fische easy rausgezogen, dann wechselt man vielleicht mal auf einen Köder mit einem schlechten Haken und schon explodiert unten die Actionbar bis in den roten Bereich oder es bricht vielleicht sogar der Haken, weil dieser Haken so schlecht von der Qualität ist. Das bedeutet, wenn wir uns wirklich sehr, sehr günstige Köder kaufen, die durchaus ja sehr gut funktionieren können, bedeutet es wie gesagt trotzdem, dass wir hier den Haken ändern. Ich habe jetzt hier sehr einfache, normale Haken drauf. In der Regel verwende ich ja fürs Angeln am Belaya so etwas hier wie diese Puschelhaken. Die funktionieren immer ganz gut. In dem Fall wäre es jetzt ein 6er Haken. Auch da wieder das Gesamtbild recht stimmig. Wir sehen ja hier in der Information, auch hier von 20er Haken winzig bis 2 Nuller groß könnten wir hier alles verwenden. Gucken wir mal, auch da sieht dann natürlich ein 2 Nuller hoch groß komplett entgleist aus. Ich meine, man kann es damit mal testen, aber das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr speziell, wenn man das ausprobiert. Also wichtig, wenn ihr euch sehr, sehr günstige Köder holt und die haben diese einfachen Haken hier drauf und haben eine Sternewertung, die, naja, das ist gerade mal ein halber Stern, die also wirklich sehr, sehr einfach sind, Achtet auf die Haken, denn der Haken hat eben auch eine Tragfähigkeit. Das wird häufig vergessen und diese Tragfähigkeit ist einfach nicht so groß, wenn ihr auf große Fische gehen wollt. Wenn ihr Fische fangen wollt, die dann im Bereich von 2-3 Kilo sind, ist das überhaupt kein Problem. Wenn ihr allerdings auf die richtig dicken Brocken aus seid, zum Beispiel am Koori, dann braucht ihr da auch schon deutlich bessere Haken. Nicht nur, weil die Fische dann besser haken, sondern auch, weil sie dann weniger schnell ausschlitzen. Ja, das war eine kurze Zusammenfassung zu all den Haken, die ich so in der Regel verwende und für was ich sie verwende, für welche Fischgrößen. Wenn das Ganze geholfen hat, dann gerne den Kanal abonnieren, damit du auch die kommenden Tutorial-Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri. Musik Musik かった Musik screen